Der Petra hat uns schon das Ding auch rausgekommen, also das Haus. Wenn man da rausgeht, dann gibt es so ein Hirschzahn und da ist es interessant, dass man alles möglich ist. Aber da, da, wie da in Frank, man muss ja auch so ein bisschen fern, dann wird es hier. Und dann kann man gar nicht fern, auch so, was auch sagt. Das ist ein Hirschzahn, das ist ein Hirschzahn. Das ist ein Hirschzahn, das ist ein Hirschzahn. Das ist ein Hirschzahn. Das ist ein Hirschzahn. Applaus Applaus Sind wir in der Kölnland vom Bauchrechten mehr klar Im Impfwasser Im Impfwasser Ähm, Hibimann Es ist schön, wie ich denke Ja? Ja!